Interpol-Chef Jürgen Stock hat das staatsübergreifend organisierte Verbrechen als ernstzunehmende Epidemie bezeichnet. Der Generalsekretär sprach kurz vor dem 100. Gründungstag seiner Organisation am Dienstag. Interpol ist eine weltweit kriminalpolizeiliche Organisation mit derzeit 194 Mitgliedstaaten und Sitz im französischen Lyon. Interpol war im Jahr 1923 in Wien gegründet worden als International Criminal Police Commission. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie in Interpol umbenannt und bekam eine neue Verfassung.